Hallo Freunde und herzlich Willkommen. Das ist mal ein Audio Test mit den eingebauten Stereo Mikrofonen in der Panasonic Lumix LX15. Nur mal um einen Eindruck zu gewinnen, wie die Audioqualität dieser kleinen Premium Compact Kamera ist, wenn man mal unterwegs kein Mikrofon dabei hat und auf das Onboard Mikro angewiesen ist. Darum erzähle ich hier noch ein bisschen was zur Kamera. Interessant natürlich für alle Filmer hier die Möglichkeit, die Kamera mit dem Klappdisplay so zu betreiben, dass man, wenn man vor der Kamera steht, sich selber im Display sieht. Die Kamera macht nicht nur eine Face Detection, sondern auch ein Augen Detection. Das ist der Hammer, wenn ihr das jetzt sehen könnt. Ich glaube, ich muss das mal mit dem Handy filmen. Ich habe jetzt den Face Detection Rahmen um meinen Kopf und ein Fadenkreuz auf meinem linken Auge von euch aus gesehen. Dann auch auf dem linken Auge, genau hier jetzt. Jetzt schließe ich das Auge und er zappt sofort auf das andere Auge, weil er erkennt, das ist geschlossen. Das heißt, die Kamera stellt hier die Schärfe wirklich auf die Augen und das mit einer Geschwindigkeit, dass ich hier zwinkern kann und es wird sofort der Fokus nachgeführt auf die Augen. Das ist wirklich extreme Autofokusleistung. Ja, wir werden über die Kamera noch mehr zu berichten wissen, dass jetzt hier nun mal die Möglichkeit, einen ersten Eindruck zu bekommen, wie das Eingebote Mikrofon arbeitet, sage ich mal aus einem halben Meter Entfernung. Okay, das war's mit dem ersten Testvideo.